Herzlich Willkommen in der Brasserie Grand Café im Herzen von Stralsund. Bereits seit 1997 sind wir Anlaufpunkt für Urlauber und Einheimische. Wir bieten Ihnen täglich ab 9 Uhr ein ausgewogenes Frühstück an den Wochenenden als umfangreiches Frühstücksbuffet. Genießen Sie ein Stück selbstgebackenen Kuchen und wählen Sie dazu aus unserem großen Angebot an Heißgetränken. In unserem lichtdurchfluteten Wintergarten können wir kleine Feierlichkeiten für unsere Gäste bis 40 Personen ausrichten. Gern arbeitet das Team der Brasserie auch für Ihren Anlass ein spezielles Angebot aus. Neben dem klassischen à la carte Geschäft richten wir ebenfalls Hochzeiten, Familien oder Firmenfeiern mit bis zu 100 Personen aus. Wir bieten auch Übernachtungen in Ferienwohnungen an. Das vielversprechende Interieur lässt bei einem großen Maß an Gemütlichkeit ebenso manchen Kunstdiebhaber das Herz aufgehen. Wir bieten durchgehend warme Küche in der Hauptsaison bis 24 Uhr. Von kleinen Snacks über frische Salate bis hin zu exzellenten Fleisch- und Fischspeisen findet jeder Gast etwas für seinen Geschmack. Eine monatlich wechselnde Karte mit Speisen und Aktionen, speziell zur Jahreszeit, rundet unser Angebot ab. Lassen Sie den Tag bei uns mit einem Cocktail oder einem Glas Wein gemütlich ausklingen. Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.